Bei CARE kannst du 46 Blutwerte tracken, um Veränderungen früh zu erkennen und zu reagieren. Deine Gesundheitsdaten in einer App. Studien, die von dem Produzenten gemacht werden, der diese Nahrungsergänzungsmittel verkauft, sind nichts wert. Würde ich jetzt nicht unbedingt glauben. Kann man irgendwie den Zuhörerinnen und Zuhörern sagen, wie sie am besten vorgehen? Ja, mein Buch lesen natürlich. In dieses Gebiet einlesen. Du fragst ja, was sollst du nehmen, oder? Ja. Letztendlich. Zwergheuch 2. Der kurze Podcast für ein gesundes, langes Leben. Grüß euch miteinander, meine Lieben. Herzlich willkommen. Bei Zwergheuch 2. Das ist der Podcast, wo man alles über ein länges, gesundes Leben erfährt. Wir reden über die neuesten Erkenntnisse rund ums Älterwerden und geben euch auch wertvolle Tipps, wie ihr möglichst lange gesund bleibt und das völlig unabhängig von eurem Alter. Wir bei Zwergheuch 2, das sind Nina Ruge, eine der bekanntesten und zweifellos charmantischsten Fernsehmoderatorinnen. Sie ist aber hauptsächlich Biologin und hat sich als Bestsellerautorin ihre Zieleten von Büchern intensiv mit Fragen der Langlebigkeit auseinandergesetzt. Und da ist der unglaublich neugierige und für neue Themen offene Kurt Eschbacher. Ja, Nina, wirklich neugierig bin ich. Der grosse Renner im Moment sind Nahrungsergänzungsmittel. Das schon seit ein paar Jahren. Ein weltweites Milliardengeschäft, kann man sagen, mit Vitaminen, Mineralstoffen, Omega-3-Säuren. Beispielsweise einzig in der Schweiz werden jährlich für 125 Millionen solche Stoffe geschluckt. Ein Drittel der Schweizer nimmt sie, hauptsächlich Frauen. Wie ist das bei dir? Ja, also du nimmst ja keine, ne? Nein, nein, noch nicht. Aber vielleicht werde ich bekehrt dann durch dich. Ja, also wenn du hörst, was ich alles nehme, da fällst du um. Nein, ich nehme tatsächlich eine ganze Menge, habe mir aber sehr genau überlegt, was ich nehme. Und ich nehme das auch nicht immer, sondern zum Beispiel jahreszeitlich abhängig, aber auch von meiner Konstitution abhängig. Man sagt doch, gesunde Ernährung reicht für einen Menschen. Weshalb braucht es dann noch solche Ergänzungsmittel? Also da sind wir mittendrin. Ja, es ist fast ein Glaubenskrieg. In der Diskussion brauchen wir grundsätzlich Nahrungsergänzungsmittel. Und da gibt es eine Strömung sehr kritischer, häufig auch Journalisten, die sagen, also das ist alles nur Geschäftemacherei der Pharmaindustrie und auch der Hersteller dieser Nahrungsergänzungsmittel. Das braucht man alles überhaupt nicht. Wenn man sich dann ein bisschen mehr mit den einzelnen Produkten beschäftigt, sieht man das mit großer Wahrscheinlichkeit differenzierter. Das Thema gesunde Ernährung, wenn du dich abwechslungsreich ernährst, brauchst du nichts. Da musst du schon mal genau hingucken, wer tut das wirklich. Also wenn ich zum Beispiel deine Ernährung sehe, ich sehe ja, was du so isst. Ich finde das schon gut. Du bist jetzt kein Junkfood-Profi, aber du isst regelmäßig Fleisch, keine großen Mengen an Gemüse. Olivenöl magst du, das ist ja schon mal ganz schön. Süßigkeiten ein bisschen, aber… Eher wenig, lieber ein Stück Käse. Ja, das ist auch gut. Also was ich sagen will ist, bis zu dem Alter von, sagen wir mal 30, 35 Jahren, mit einer doch wirklich Gemüse, nicht nur vielleicht in homöopathischen Dosen verzierten Ernährung, sondern mit einer gemüselastigen Ernährung, da können die meisten ohne Nahrungsergänzungsmittel gut durchkommen. Es sei denn, es sind Junkfood-Fans, es sind Raucher oder es sind Vegetarier oder Veganer, da müsste man ein bisschen gucken. Aber danach sieht das schon ein bisschen anders aus und darüber reden wir wahrscheinlich später. Also je älter man wird, umso notwendiger wären solche Ergänzungsmittel. Ja, mit sehr großer Wahrscheinlichkeit. Also es gibt sehr, sehr viele Studien dazu. Nina, was ist dann der Unterschied zwischen einem Medikament und einem Nahrungsergänzungsmittel? Finde ich eine unendlich wichtige Frage, weil damit auch verbunden ist, was erwarte ich eigentlich von einem Nahrungsergänzungsmittel? Ich kann nicht das erwarten, was ein Medikament bringen kann, weil ein Nahrungsergänzungsmittel ist per Definitionem ein konzentriertes Nahrungsmittel. Es darf nichts im Körper bewirken, was nicht die natürlichen Prozesse sowieso sind. Und das muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen, denn manche erwarten, dass sie von einem bestimmten Vitaminpräparat energiemäßig durch die Decke gehen, die unterstützen unsere Zellfunktionen. Aber sie leiten sie nicht in irgendwelche besonderen Richtungen wie ein Medikament. Also kann man sagen, es heilt nicht, sondern es unterstützt den Organismus. Ja, also es kann durchaus heilen, wenn du zum Beispiel an Skorbut denkst, an denen ja wirklich auf grauenhafte Weise so viele Seefahrer früher umgekommen sind, weil die halt kein Vitamin C hatten. Und man wusste halt nicht, dass Vitamin C so wahnsinnig wichtig ist. Und Vitamin C ist für uns ein essentielles Vitamin. Das können wir nicht selbst herstellen. Liebe Nina, ich bin weder Vegetarier noch Veganer. Ein Mann im fortgeschrittenen Alter und jetzt so ein bisschen angefixt, dass ich vielleicht doch solche Nahrungsergänzungsmittel brauchen könnte. Wie finde ich heraus, welche für mich richtig sind? Ja, also es wäre natürlich schön, wenn die Hausärzte Lust hätten, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Was passiert, wenn du älter wirst? Welche Funktionsstoffe in deinem Körper sind da eigentlich weniger zur Verfügung? Und das beginnt jetzt erst, dass das auch in die ärztliche Ausbildung kommt. Das heißt, man bekommt beim Hausarzt häufig eben die Auskunft Vitamin D. Das ist ja auch in den Richtlinien so drin. Absolut wichtig, je älter wir werden, desto mehr Vitamin D wird es wahrscheinlich sein. Und dann kommen aber noch viele andere, gerade was die B-Vitamine angeht, aber auch Q10 und viele andere Dinge dazu. Da muss man sich schon ein bisschen mit beschäftigen. Das macht auch Spaß. Das ist auch spannend zu gucken, wo kann ich meinen Körper unterstützen? Und ich habe allein in meinem Buch »Verjüngung ist möglich«, ich glaube 120, 200 Seiten nur zu den Nahrungsergänzungsmitteln geschrieben. Ich bin da tief eingestiegen und war selber sehr fasziniert davon, welche Unterstützung wir unserem Körper geben können, wenn wir es nicht überdosieren, nicht unterdosieren, sondern vernünftig machen. Und da ist bei älteren Menschen ein Punkt noch wichtig, wenn die bestimmte Medikamente nehmen, also beispielsweise Diabetesmittel oder Cholesterinsenker oder sie haben ein Magensäureproblem oder eine Magenschleimhautentzündung. Da muss man immer gleich im Hinterkopf haben, da sollte man wirklich bestimmte Nahrungsergänzungsmittel nehmen. Können wir später nochmal darüber reden. Also das heisst, der Hausarzt muss mich beraten, findet hoffentlich raus über einen Bluttest oder irgendeinen anderen Test, was mir fehlt. Und ich gehe nicht einfach aufs Internet oder in einen Laden und kaufe mir was ein. Nein, du kannst dich auch in der Apotheke beraten lassen. Ich habe einen sehr kompetenten Experten für unsere Folge gewinnen können. Er ist Professor für Molekularbiologie an der ETH in Zürich und er ist auch der Präsident der Swiss Society of Aging Research, heißt Professor Colin Ewald. Und er gibt uns einen sehr schlichten, aber wichtigen Hinweis, wie man sich da orientieren sollte. Ich glaube, man muss sich sehr gut informieren über die Herkunft der einzelnen Hersteller und Produzenten und schauen, dass der auch transparent ist. Und es gibt halt auch ein qualitativs Siegel, gibt es in gewissen Zeichen auch. Also verschiedene Lieferanten liefern das mit, das getestet worden ist. Vielleicht wurde es sogar von einem unabhängigen Labor getestet, was auch manchmal dabei ist. Also das ist halt wichtig, dass man sich da sehr gut informiert und seriöse Quellen benutzt, um das Supplement zu sich zu nehmen. Also besser nicht einfach im Internet bestellen, möglichst günstig, sondern wirklich sich informieren als Konsument. Gibt es denn Nahrungsergänzungsmittel, die schlecht sind, gefährlich sind? Also es scheint wirklich so zu sein, dass es Nahrungsergänzungsmittel gibt, die nicht optimal sind oder die sogar schädliche Dinge da drin haben oder die überdosiert sind. Also mehr drin, als drauf steht auf der Verpackung. Und da hat uns Professor Colin Ewald einen klaren Hinweis gegeben. Und es gibt auch andersherum, dass eigentlich zu wenig drauf ist oder auch nicht ganz rein der Stoff, der drin ist. Und es gibt natürlich auch gewisse Sachen von der Extraktion, dass da halt Nebenstoffe drin sind, die schädlich sein können. Und das kann man selber als Konsument nicht wissen oder herausfinden. Aber zum Beispiel in der Schweiz gibt es das kantonale Labor in jedem Kanton. Und die untersuchen halt für Esswaren und auch für Supplements können sie gewisse Untersuche machen. Das heisst, wenn man eine Befürchtung hat, kann man das dem kantonalen Labor vorbeibringen oder melden. Und die können dann diese chemischen Analysen machen und gucken, ob das wirklich sicher ist und da auch nichts anderes drin ist, was drin sein sollte. Nina, das ist ein ziemlich grosser Aufwand. Macht das überhaupt jemand? Ich könnte mir vorstellen, dass das relativ selten vorkommt. Nur wenn du wirklich Zweifel hast. Du hast was gekauft, hast viel Geld ausgegeben und sagst dir, Moment mal, das ist eine doch vielleicht zweifelhafte Quelle aus dem Internet, dann kann man das tun und damit vielleicht auch anderen eine Unterstützung geben, die das auch getan haben. Und dann wird das ja auch im Internet letztlich zu finden sein, wenn eine solche negative Bewertung dann durch die kantonale Behörde ausgestellt würde. Aber es ist meines Erachtens wirklich spannend und gut, sich zu informieren. Und sehr praktisch kann man das natürlich in der Apotheke tun. Also wir hoffen, die Mittel sind so wie deklariert. Wir hoffen, sie nützen auch. Aber gibt es dann auch klare Studien, die belegen, dass es sich lohnt, Nahrungsergänzungsmittel zu nehmen? Tja, die müssen ja bezahlt werden, gell? Und wenn eben solche Nahrungsergänzungsmittel reine Nahrung sind und keine Medikamente, dann kann die jeder herstellen und die kann auch jeder verkaufen. Der muss sie zwar anmelden bei den Behörden und sagen, wie viel da drin ist. Und das kommt dann auf die Verpackung und das steht da auch drauf. Aber es wird nicht immer kontrolliert. Und ob sie dann wirken, da hören wir jetzt mal den Colin Ewald. Also für seriöse Studien braucht man halt klinische Trials, nennt sich das. Und die sind extrem teuer. Also so klinische Trials kosten zwischen 10 bis 50 Millionen. Und dann ist immer die Frage, wer bezahlt das, oder? Und wenn es ein Medikament ist, dann gibt es halt die Industrie, wo das sponsert. Aber bei Supplements oder zum Beispiel auch bei Generika, da ist halt der finanzielle Anreiz nicht so groß da. Und dann kommen solche Studien meistens zu kurz. Es gibt aber verschiedene Supplements jetzt im Space, wo Studien gemacht werden. Und das ist eigentlich sehr interessant, weil auch die Supplementverkäufer gemerkt haben, dass der Konsumer sehr interessiert ist und natürlich gerne einen menschlichen Nachweis haben möchte. Also wir sind auf dem Weg da, seriöser zu werden, oder? Kann man so sagen. Ja, weil eben mehr investiert wird in Studien. Man muss einfach im Kopf haben, nehmen wir jetzt mal das Vitamin D. Das kann jeder herstellen. Und wenn ich da eben eine teure Studie für 10 bis 50 Millionen mache, dann können sich die anderen den Studienergebnissen bedienen und damit Werbung machen. Aber ich habe es bezahlt. Vitamin D, ich bleibe gerne bei diesem Beispiel. Ein wichtiger Baustein, gerade für ältere Menschen, stärkt die Knochen, beugt Osteoporose vor. Brauchen wir diese Pille nur in nebligen Wintermonaten oder das ganze Jahr durch? Es wird tatsächlich für Menschen bis 40, 45 Jahre nur in den Wintermonaten empfohlen, weil wir es ja selber im Sommer mit dem UV-Licht produzieren. Es sieht nur so aus, als ob ältere Menschen deutlich weniger selbst produzieren. Und es gibt auch jetzt gerade eine neue Studie an der ETH, die sagt, eine ganzjährige Vitamin-D-Gabe bei älteren Menschen hat sehr positive Effekte gezeigt. Auch da ist es offensichtlich ein bisschen altersabhängig. Und ich nehme jetzt das ganze Jahr durch Vitamin D. Allerdings im Sommer ein bisschen weniger. Wenn die Sonne hilft beim Spaziergang. Vitamin B wie Beta, zu wenig davon, sagt man, erhöht das Risiko für einen Herzinfarkt oder Schlaganfall. Gibt es noch andere Auswirkungen, die einen Mangel von Vitamin B zur Folge haben? Da gibt es sehr viel. Aber ich finde ganz wichtig zu wissen, Vitamin B12, es gibt ja mehrere B-Vitamine, Vitamin B12 und Vitamin B9, das ist die sogenannte Folsäure, die beiden zusammen sind sozusagen Schutzpatrone für unser Herz. Weil die einen Stoff für Stoff wechseln, den wir selber herstellen und der leider Herzinfarkt macht. Und in jungen Jahren ist es überhaupt gar kein Problem. Das läuft alles locker und smooth. Dann wird dieses Homozystein ganz schnell umgewandelt in unserem Körper und unschädlich gemacht. Und das Homozystein kann zu Herzinfarkt führen. Und wir sehen eben wieder bei älteren Menschen, dass der Homozystein-Spiegel ansteigt und der Vitamin B12 und Folsäure-Spiegel sinkt. Sprich, da macht es auch wieder Sinn. Man kann alles drei messen im Blutserum. Da macht es wieder Sinn zu gucken, sollte ich nicht eventuell dieses Folsäure und B12 regelmässig nehmen. Ich habe noch eine weitere Frage zu den Vitaminen. Vitamin C, brauchen wir das tatsächlich zusätzlich? Ist das nicht schon genügend in der Nahrung vorhanden? Da haben wir es wieder mit der gesunden Ernährung. Wenn du zum Beispiel dein Gemüse lange kochst und dann das Kochwasser wegkippst, dann hast du dein Vitamin C so gut wie weggekippt. Also das Entscheidende ist wirklich, wie ernährst du dich, wenn du dich mit viel frischem Salat oder gedämpftem Gemüse oder eben auch bestimmten Obstsorten ernährst, dann brauchst du kein Vitamin C. Aber wie ich vorhin schon sagte, Vitamin C ist eben bei uns in der Evolution komischerweise, nicht komischerweise, sondern sinnvollerweise, durch eine Genmutation einfach aus unserem Programm rausgefallen. Aber die Eigenproduktion meinst du? Genau, wir produzieren kein Vitamin C mehr. Und viele andere Tiere, die meisten anderen Tiere tun das. Die brauchen sowieso keins. Aber es lag wahrscheinlich daran, dass wir unsere Spezies aus warmen Gefilden kamen. Afrika. Und da gab es so viel Obst und Gemüse, da brauchte man keinen Vitamin C. Und wenn da die Genmutation war, hat das auch nicht gestört. Jetzt aber leben wir in vielen Regionen, wo wir tatsächlich Vitamin C aufnehmen sollten. Da sollte man allerdings wissen, das ist zum einen Radikalfänger, das ist nicht so verkehrt. Und man sollte wissen, es wird pro Einheit, die man nimmt, nur in begrenzter Weise in unserem Körper resorbiert. Also aufgenommen. Also wenn wir zum Beispiel eine Tablette, das gibt es oft, mit 1000 Milligramm nehmen, dann werden mal 800 Milligramm davon locker wieder mit dem Pipi rausgespült. Weil wir nur 200 Milligramm auf einmal aufnehmen können. Deshalb sind solche Retardkapseln gut, die halt über den Tag immer mal so diese in etwa Menge von 200 Milligramm abgeben, wenn sie denn 1000 insgesamt sind. Dein kurzer Kochwasserhinweis interessiert mich noch. Du sagst, Gemüse lange kochen und das Wasser wegschmeißen, heisst Vitamin C sozusagen dem Abfluss preisgeben. Stimmt das? Ja, nicht nur Vitamin C, sondern die sekundären Pflanzenstoffe. Wir werden ja noch mal eine Folge unseres Podcasts machen über die wirklich Wunderkraft der Gemüse. Da werden wir es auch noch mal vertiefen. Also die wunderbaren sekundären Pflanzenstoffe, aber auch viele andere Stoffe werden häufig durchs Kochen, weil da die Zellwände platzen, in das Kochwasser gespült. Und wenn man halt nur dünstet und ganz wenig Kochwasser dann hat, dann kann man das wieder für eine Soße verwenden und man hat die ganzen Stoffe für sich parat. Und sonst, wenn man sie wegkippt, sind sie weg. Wunderbarer Hinweis. Bei CARE kannst du 46 Blutwerte tracken, um Veränderungen früh zu erkennen und zu reagieren. Deine Gesundheitsdaten in einer App. Ich erinnere mich an meine Kindheit. Da hat die Mutter immer gesagt, ja, im Winter werden Lebertranentropfen verabreicht. Das war schrecklich. Erstens haben die gestunken, bestialisch. Zweitens hat sie die Tropfen in die Suppe getan und da schauten einem so riesen Fettaugen an und ich habe dann immer versucht, um diese Augen die Suppe zu löffeln, aber irgendwann mal musste man dieses Ding dann reinnehmen. Das ging fast nicht runter und ich habe den ganzen Tag gerülpst und es kam dieser schreckliche Fischtraungeschmack raus. und Mama sagte, das ist gesund. Omega-3, oder? Ist das mehr oder weniger? Das ist schrecklich. Ja, aber deine Mama war schon eine gute Mama. Die hat gesagt, mein Junge braucht Omega-3. Und diese Fettaugen sind ja, es ist eine Fettsäure, in diesem Lebertran sind auch noch andere Öle drin, aber das Omega-3 macht schon sehr viel Sinn. Hat damit zu tun, dass wir in unserer westlichen Ernährung ganz viel Omega-6 essen. Und Omega-6 ist auch nicht so schlecht. Omega-3 ist entzündungshemmend, schützt Herzkreislauf und hat wirklich viele sehr positive Effekte. Wenn man sehr viel Omega-6 isst, blockiert das das Omega-3, weil die haben ähnliche Verstoffwechselungswege. Und wir in unseren Breiten essen halt viel, vor allem Fleisch, aber auch Sonnenblumenöl beispielsweise und noch vieles andere, so hochverarbeitete Nahrungsmittel. Da ist ganz viel Omega-6 drin. Und zum Beispiel im deutschsprachigen Raum haben wir 15 bis 30 Mal mehr Omega-6 in unserer Nahrung als Omega-3. Empfehlenswert wäre, dreimal so viel Omega-6 wie Omega-3. Also wenn man viel von diesen Dingen wie Fleisch etc. isst, dann macht das sowieso Sinn, das Omega-3 zu ersetzen. Und dann kommt es eben darauf an, welches Omega-3. Denn da sagen ja viele, ja Leinöl enthält das pflanzliche Öl, das am meisten Omega-3 enthält. Aber da gibt es drei Varianten. Und die Variante, die wir am besten aufnehmen und die am stärksten im Körper wirkt, das sind zwei, die heißen EPA und DHA, die kommen tatsächlich nur in Fischölen vor. Und da muss man sich dann halt anschauen, was tue ich da? Nehme ich jetzt also Tabletten oder esse ich viel Lachs? Eben, eine Lachsscheibe ist mir dann um einiges sympathischer als die Fettaugen in der Suppe. Okay. Gut, ich höre auf mit meinem Vortrag. Ich könnte noch viel dazu sagen. Gerne noch die Frage jetzt beantwortet, welche Mineralien helfen denn zusätzlich und für was? Ja, also das ist ja auch, die Mineralien sind auch eine Wissenschaft für sich. Was man vielleicht wirklich im Hinterkopf haben sollte, etliche Mineralien sind wichtig für die Funktion unserer Enzyme. Also all das, was in unserem Stoffwechsel passiert wird, durch Enzyme angeschoben. Auch das Immunsystem braucht diese Mineralstoffe. Und da ist das Selen ganz, ganz vorne. Normalerweise nehmen Pflanzen über den Boden Selen auf und wenn wir Pflanzen essen, haben wir halt Selen. In Europa haben wir aber sehr selenarme Böden. Das heißt, man kann übrigens Selen auch im Blutserum messen, macht vielleicht auch mal Sinn, muss man aber immer selber bezahlen, solche Tests. Wir haben in unserer Bevölkerung einen weit verbreiteten Selenmangel, auch Jodmangel. Zing kommt auch häufig nicht so viel vor. Und von daher ist Selen durchaus empfehlenswert. zu substituieren. Gerade bei Männern, in Finnland beispielsweise, weiß man auch, dass die Böden selenarm sind. Dort gibt es ein Gesetz, dass die Böden gedüngt werden müssen mit Selen, damit die Pflanzen selenhaltig werden. Und man hat in großen Übersichtsstudien herausgefunden, dass die Krebsraten zurückgegangen sind. Krebsraten von was? Vor allem Prostatakrebs bei Männern. Und da scheint es einen Zusammenhang zu geben, Selen in der Nahrung und Prostatakrebsentstehung oder eben Nicht-Entstehung. Mit Selen weniger, ohne Selen mehr. Langsam werde ich auch zum Überzeugungstäter. Aber Nina, kann man dann auch zu viel von diesen Dingen nehmen? Zum einen bin ich kein großer Fan von Multivitamin- oder Multimineralstoffpräparaten. Bei den Mineralstoffen wissen wir zum Beispiel auch, dass es gar nicht so viele Transportwege in unseren Körper gibt für Mineralstoffe. Und wenn ich ganz viele auf einmal nehme, also Magnesium, Selen, Calcium und so weiter und Zink, Eisen, dann konkurrieren die um diese Aufnahmewege. Und dann geht ganz viel verloren. Wunderbar für die Hersteller. Nicht unbedingt hilfreich für den Körper, oder? Deshalb nehme ich mal einen Tag ein bisschen Selen, dann nehme ich mal ein bisschen Zink, dann nehme ich mal ein bisschen Magnesium. Aber ich nehme nicht alles auf einmal. Also du machst ein sogenanntes Ernährungsergänzungsmenü? Ja, ich mache tatsächlich und das wechselt sich ab. Und dasselbe gilt auch für Vitamine. Dazu kommt, wenn man Multivitamin-Tabletten nimmt, dass da auch in vielen anderen Lebensmitteln sogenannte Functional Foods, dann ist was mit Vitamin C angereichert, mit Vitamin D angereichert und E. Und bei D und E und A, nochmal, D, E und A, da muss man aufpassen. Die sind fettlöslich. Das heißt, die reichern sich in unserem Körper an. Und wenn ich dann also ein Multivitamin-Präparat nehme und dann hat mir mein Arzt gesagt, ich soll auch nochmal Vitamin D nehmen, das kommt dann nochmal dazu, dann nehme ich noch so ein Functional Food, da ist auch nochmal D drin und dann habe ich plötzlich zu viel. Also da muss man schon gucken, dass man mit diesen Functional Foods, wo nochmal zusätzlich drin ist, dass man es wirklich nur nimmt, wenn man da keine Multivitamin-Tabletten nimmt. Also ich nehme keine Multivitamin-Präparate, sondern supplementiere einzeln. Aber man kann wirklich überdosieren und da hat Professor Ewald ein hochinteressantes Beispiel. Genau. Und wie Paul Celsius damals schon gesagt hat, alles ist Gift. Das kommt auf die Menge drauf an. Und das Problem ist, wenn man das sehr, sehr hoch dosiert, gewisse Sachen können sehr, sehr schädlich sein. Also wir kennen das aus dem Grüntee-Extrakt, das EGCG, das Epicalocatin-Calate. Denkt man, Grüntee ist gesund, oder? Und das ist einer der Wirkstoffe, der im Grüntee ist. Und da haben verschiedene Leute, auch in den USA, haben da eine riesen Dosie zu sich genommen und das hat die Leber dann geschädigt. Also die hatten Leberzirrhose, wie ein Alkoholiker, der das ganze Leben getrunken hat. Und das ist natürlich extrem schlimm, weil man denkt, man macht was Gutes, aber eigentlich führt man Schaden dazu. Das heißt, wichtig ist es auch, dass man diese Nahrungsergänzungsmittel in einem gewissen Mass nimmt und das nicht überdosiert. Also diese Aussage ist ja erschreckend. Allzu viel ist ungesund, ganz grundsätzlich. Aber wie schütze ich mich davor, wenn ich schon solche Nahrungsergänzungsmittel nehme, dass es Nebenwirkungen hat, die viel schlimmer sind als das Ziel, das ich eingehen möchte? Also das mit dem Grüntee-Extrakt beziehungsweise EGCG, das ist schon ein extremes Beispiel. Aber ich trinke zum Beispiel sehr viel grünen Tee und der ist absolut gut, aber in diesen Produkten war viel zu viel drin und ich würde niemals so ein Nahrungsergänzungsmittel empfehlen. Man kommt nicht drum rum, sich ein bisschen zu informieren. Beispiel Vitamin E, habe ich ja vorhin schon mal gesagt, fettlöslich. Und das gilt als ein ganz starker Radikalfänger. Freie Radikale, die bösen Buben. Und Menschen, die viel Sport treiben, produzieren viele freie Radikale. Und deshalb wurde Sportlern Vitamin E empfohlen, auch Vitamin A, auch ein Radikalfänger, auch fettlöslich. Und jetzt haben Studien gezeigt, wenn man sehr viel von dem nimmt und so viele freie Radikale wegfängt, steigt die Krebsrate. Also nicht zu viel Vitamin E nehmen. Das ist tatsächlich Fakt. Wie gross ist dann, ehrlich gesagt, Nina, dein Regal an Nahrungsergänzungsmitteln? Wie viele Schränke füllt es? Nein, nicht viele Schränke. Ich nehme vieles nicht täglich. Aber ich zähle das jetzt mal auf und du guckst mal, ob für dich was dabei wäre. Also ich nehme auch tatsächlich einiges, weil ich eben deutlich über 45 bin. Unter anderem Coenzym Q10. Da weiß man ja, das ist so ein Mode-Nahrungsergänzungsmittel geworden, Da weiß man, in unseren Zellkraftwerken, in den Mitochondrien spielt es eine ganz wichtige Rolle, um unser ATP, also unsere Kleinstbatterien, die milliardenfach in unserem Körper benötigt werden, zu bilden. Und das Coenzym Q10 nimmt ab dem 45. Lebensjahr zum Beispiel in der Lunge und auch im Herzgewebe ziemlich stark ab. Die Leistungsfähigkeit unserer Mitochondrien lässt nach. Da macht es Sinn, Coenzym Q10 zu supplementieren. Nun weiß man aber, dass das Q10 sehr schlecht bioverfügbar ist. Das heißt, wenn wir eine Tablette aufnehmen, essen, dann gehen 90 Prozent mit dem Pipi wieder raus. Immerhin 10 Prozent bleiben drin. Jetzt gibt es neue Präparate, die sind sozusagen mit Zyklodextrin ummantelt. Das kann man in der Apotheke erfragen. Die nimmt man viel stärker auf. Und da sind wir wieder bei dem Thema Überdosierung. Ich habe also jetzt Q10 genommen, Zyklodextrin ummantelt, jeden Tag eine Pille, habe Q10 messen lassen. Man kann das im Blutserum messen. Und ich war total überdosiert. Der Spiegel war viel zu hoch, weil ich jeden Tag dieses Produkt, das sehr viel stärker bioverfügbar ist, genommen habe. Also nehme ich das nur noch einmal in der Woche oder zweimal in der Woche. So, dann nehme ich Vitamin D, wie Dora. Extrem wichtig in unserem Alter. Ich nehme Vitamin B12. Ich nehme auch hin und wieder ein Vitamin B-Komplex, weil da ist dann auch die Folsäure drin. Aber dann nehme ich kein B12. Ich nehme Glucosamin. Da möchte ich den Professor Michael Riestow, Professor für Energiestoffwechsel an der ETH in Zürich, nennen, der seine Top 5, der Nahrungsergänzungsmittel für mein letztes Buch Verjüngung ist möglich, beschrieben hat. Der hat gesagt, Glucosamin ist einer seiner Top 5. Glucosamin nehmen sehr, sehr viele, weil sie Gelenkprobleme haben. Also Knorpelabbau. Bis heute ist nicht bewiesen, ob das Glucosamin, das den Knorpel aufbaut oder sozusagen Knorpelsubstanz ist, ob das wirklich den Knorpel aufbaut. Aber Studien haben gezeigt, dass Menschen, die lange Glucosamin nehmen, weniger Herz-Kreislauf-Erkrankungen haben und länger leben. Also zu den Top 5 von Michael Riesto gehört das und ich nehme das. Dann nehme ich bestimmte Mineralien. Ich nehme mal Selen, Magnesium. Ich nehme auch mal Zink. Ich nehme kein Eisen. Meine Ferritin-Spiegel sind niedrig. Das ist okay. Ich nehme von den neuen Nahrungsergänzungsmitteln das NR, das Nikotinamidribosid. Jetzt guckst du wie ein Auto. Ich weiß. Das ist ein Vorläufer für das NAD Plus in unserem Körper. Und das ist ein so, so wichtiger Stoff, der auch wiederum in unseren Mitochondrien, in unseren Zellkraftwerken elementar wichtig ist. Und auch für unsere Langlebigkeitsenzyme, die heißen Sirtuine, die sind wieder für die DNA-Reparatur unter anderem da. Also das nimmt leider auch mit zunehmendem Alter ab in unserem Körper. Also substituiere ich das. Dann nehme ich auch Omega-3-Fettsäure. Ich bin jetzt auf der Suche nach einem Leinöl. Die pflanzlichen Omega-3-Fettsäuren sind nicht so effizient wie die fischigen. Also suche ich jetzt nach einem Leinöl-Produzenten, der Algen-Omega-3 da drin hat. Gibt es auch schon. Habe jetzt einen gefunden. Um dann vielleicht die Lachsabfälle zu verarbeiten. In dem Omega-3 ist ja auch nicht so verkehrt. Aber um dann mal vielleicht diese Lachstabletten in den Schrank stellen zu können. Oder aufzubrauchen. Ich werfe ja nichts weg. Was nehme ich noch? Du guckst mich jetzt ein bisschen entgeistert. Ich bin völlig entgeistert. Ich denke mir, gibt es dann ein Ding, das ich kaufen kann, ohne mit einer 20-seitigen Liste in der Apotheke aufzutauchen, wo alles drin ist. Leider nein. Ich werde immer wieder nach dem Verjüngungsbooster-Cocktail gefragt. Und ich sage immer, es ist wirklich abhängig davon, was du, wenn du älter wirst, an Medikamenten nimmst. Ob du zum Beispiel Resorptionsprobleme im Darm hast oder im Magen. Und lass deinen Blutserum spiegeln nach den wichtigsten Nahrungsergänzungsmitteln, also eben nach den wichtigsten Wirkstoffen, die du brauchst, testen. Und guck schon mal, ob du da etliches ersetzt. Aber Nina, kann mich dann jemand wirklich kompetent beraten, was ich brauche, wie viel ich brauche und wann ich was einwerfen soll? Also, wenn dein Hausarzt darauf nicht spezialisiert ist und viele sind es nicht, da macht man keinen Vorwurf, sondern das gehörte eben zur Ausbildung nicht dazu, dann würde ich tatsächlich erst mal in seriösen Netzquellen suchen. Das heißt, offizielle Institutionen, die sich mit Altern beschäftigen, das ist, finde ich, das Allerwichtigste. Also von der ETH in Zürich beziehungsweise der Uni in Zürich, da wird jetzt gerade ein Hub gegründet, ein Longevity Hub, ein gesundes Langlebigkeitshub, also das ist sozusagen ein Laborzusammenschluss, da wird man mit Sicherheit gute Informationen bekommen, aber es gibt jetzt viele Seiten, seriöse Seiten, die einen Überblick geben. Und einen ganz wichtigen Hinweis möchte ich noch geben, wenn Nahrungsergänzungsmittelhersteller Studien machen und dann sagen, es ist studienbasiert, dass dieses Nahrungsergänzungsmittel wirkt, dann würde ich sehr vorsichtig sein, denn das sind häufig Studien, die so positiv für diese Nahrungsergänzungsmittel ausfallen und dann gibt es doch wieder andere im Netz, die das überhaupt nicht bestätigen, sodass ich also grundsätzlich sagen würde, Studien, die von dem Produzenten gemacht werden, der diese Nahrungsergänzungsmittel verkauft, sind nichts wert, würde ich jetzt nicht unbedingt glauben. Kann man irgendwie den Zuhörerinnen und Zuhörern sagen, wie sie am besten vorgehen, also jetzt über die Tatsache raus, dass man sich auf dem Internet orientieren sollte oder dass man überhaupt sich in dieses Ja, mein Buch lesen natürlich. In dieses Gebiet einlesen Du fragst ja, was sollst du nehmen, oder? Ja. Letztendlich. Ja. Völlig egoistisch. Ja, logisch. Also, dann musst du dir kurz angucken, wie viel Gemüse esse ich? Wirklich viel? Wie viel Fleisch esse ich? Also guck dir wirklich deine Ernährung an. Und wenn du siehst, also ich esse eigentlich eher in homöopathischen Dosen Gemüse, dann würde ich schon mit Vitaminen nachhelfen. Und A, B, C, D, E, F, G? Ja, ich würde schon immer mal Vitamin C nehmen. Vitamin D auf jeden Fall regelmäßig. Wenn ich älter werde und feststelle, meine Leistungsfähigkeit lässt auch wirklich deutlich nach, könnte es tatsächlich auch an dem oxidativen Stress, also der, den freien Radikalen, die im Alter mehr leider ihr Unwesen treiben, liegen, kann man auch mal Vitamin E oder Vitamin A nehmen. aber nicht regelmäßig, sondern mal nehmen, um freie Radikale wegzufangen. Dieses Coenzym Q10 und auch NAD plus Vorläufer, also NR, ich weiß, das guckst du schon wieder wie ein Auto. Also ich halte viel davon und alle, die sich mit der Forschung zum länger Leben beschäftigen, sehr viele nehmen das. Magnesium. Auch gerade für die Muskelaktivität, ich nehme es nicht jeden Abend, nimmt man besser abends. Gut, die Omega-3-Fettsäure, ja, doch. Also jetzt füllt sich doch das Regal so langsam. Ja, gut, aber wir werden ja auch viel älter, als die Evolution das vorgesehen hat. Und was da so im Laufe der Jahre sich alles so nicht mehr in genügender Menge in unserem Körper tummelt, das zu ersetzen, sinnvoll, kann Leben verlängern. Aber seien wir ehrlich, also man wird deshalb nicht jünger, sondern man lebt länger gesund. Du sprichst eine große Weisheit gelassen aus. Danke, meine liebe Nina. Ich glaube, für viele wird jetzt einiges notwendig sein, sich zu notieren und vielleicht hört man sich den Podcast zweimal an, damit man alles mitkriegt. Vielen herzlichen Dank für dein Wissen. Ich weiss jetzt nicht nur, was der richtige Schlaf bringt und wie Fasten meine Gesundheit erhält, sondern eben auch, dass es wahrscheinlich ein paar zusätzliche Nahrungsergänzungsmittel braucht, um im fortgeschrittenen Alter meine Gesundheit zu pflegen. Und vielleicht ein Hinweis für alle, die ihr Wissen so ein bisschen vertiefen wollen. Wir haben zu allen unseren Folgen lange Interviews mit den Experten, die ich geführt habe und die werden in den Shownotes auch gezeigt, wie ihr da drauf kommt. Macht vielleicht dem einen oder anderen Spaß auch jetzt dem Professor Colin Ewald mit seinem Nahrungsergänzungsmittel, das er in seinem Labor entwickelt hat, zu folgen. Also das heisst, die Vertiefung und die Informationsquellen, die findet man genauso über unsere zusätzlichen Interviews. Gemüse war jetzt ein paar Mal ein Thema, jetzt in unserem Gespräch. Das ist das Thema des nächsten Podcasts. Da gibt es, glaube ich, einiges dazu zu sagen. Ja, die meisten Menschen sagen sich, Gemüse ist gut, okay, aber dass Gemüse wirklich Heilkraft haben können. Also eine Art Medizin sein können, das ist vielen nicht so klar. Und die Ernährungswissenschaftler, die sich mit gesunder Langlebigkeit beschäftigen, empfehlen eine 80-prozentig gemüsebasierte Ernährung. Das sind 500 bis 600 Gramm pro Tag. Und warum? Was da drin ist in den Gemüsen, wie die im Körper wirken und wie wir die überhaupt erst mal aus den Gemüsen rauskriegen? Darüber spreche ich mit dem Professor Günther Eckert von der Uni in Gießen, der hat eine Hitliste der gehaltvollsten Gemüse entwickelt. Und das ist meines Erachtens enorm spannend. Ich freue Ich freue mich auf das Gespräch mit dir über das Gemüse, bevor wir selber zum Gemüse werden und hoffe, dass Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bei unserem nächsten Podcast auch wieder mit dabei sind. Und dass du bis dahin wenigstens Vitamin D nimmst, Kurt. Mach ich. Zu Befehl. Das war Zwerghoch 2. Wenn Ihnen unsere Gespräche und Tipps gefallen haben, dann abonnieren Sie uns auf Spotify, Apple Podcasts oder überall, wo es Podcasts gibt. Die ganzen Folgen zum Anschauen finden Sie auch als Video auf YouTube. Genauso die ausführlichen Experteninterviews, alle weiterführenden Links und unseren Kontakt finden Sie in den Shownotes unter dieser Folge. Wir freuen uns über Ihre Meinungen, Fragen und Ideen für neue Folgen von Zwerghoch 2, eine Koproduktion von Blick.ch und Publify. Redaktion Nina Ruge, Produktion Christian Kruse und Carlo Lardi. Bei Care kannst du 46 Blutwerte tracken, um Veränderungen früh zu erkennen und zu reagieren. Deine Gesundheitsdaten in einer App.